Ja, was denn für Blink-Signale, verdammt! Ich fliege jetzt mal hier so rum. Was?! Da sind keine Blink-Signale! Leute, ich schrei hier gleich sowas von... Das gibt's gar nicht, ey. Das gibt es nicht. Also sind das hier Feinde? Oder nicht? Und das auch? Welche Blink-Signale? Hallo? Ich hab mich jetzt dazu entschlossen, einfach fast gar nicht mehr zu schießen. Weil ich es einfach nicht verstehe. Signal ausschalten. Feindliche Einheiten auf der Straße. Nagel die Typen fest. Abgeschossen. Ähm, das ist zu nah an der Verstärkung. Ich wiederhole, zu nah an der Verstärkung. Auf die Blink-Signale achten. Kerbum. Nagel die Typen fest. Feinde überqueren das Feld. Geschützbereit! Was denn für ein... Hallo? Ich beschütz das Feld doch gerade. Wie kann... Geschützbereit! Ja, toll. Da ist ein Typ bei dem Auto. Wo? Der hier? Ist das jetzt ein Feind? Da ist ein Feind. Vorsicht beim Feuern, das ist die Verstärkung. Was mit den Blink-Signalen sind unsere Leute. Bauchert sie aus. Nagel die Typen beim Gebäude fest. Noch mehr Feindverbände. Komm mal rein. Schnappt euch die Typen. Du hast den. Geschützbereit! Oder ist das jetzt die Verstärkung? Vorsicht, das hätte fast unsere Leute da getroffen. Negativ, negativ. Nicht angreifen. Ich wiederhole. Keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße angreifen. Okay. Wir übernehmen Ziviltransporter auf der Schnellstraße. Geben sie uns Deckung. Trupp, kein Zugriff auf Fahrzeuge auf der Schnellstraße. Dort sind ausschließlich Zivilisten. Bodeneinheiten kümmern sich derzeit um einen alternativen Transport. Es werden keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße ohne Befehl angegriffen. Der Typ ist bestimmt angepisst. Netter Wagen. Ach, der hat einfach nur Schiss. Wildfire, wir markieren die Fahrzeuge. Bestätigen Sie, dass Sie die Leuchtsignale sehen. Wir sehen die Leuchtsignale. Nicht auf die Fahrzeuge mit den blinkenden Leuchtsignalen schießen. Wiederhole, nicht auf die Fahrzeuge mit den Leuchtsignalen schießen. Ah, jetzt... Jetzt erkenne ich die Leuchtsignale. Die sind aber schwach. Bei welchem Auto? Wo? Aufgepasst. Der Feind richtet entlang der kurvigen Straße Hinterhalter ein. Äh, Navigation. Welche ist denn die kurvige Straße? Over. Hä? Feuerkontrolle. Sehen Sie den Wasserturm? Over. Wasserturm, ja. Willst du bestätigen, dass ihr den Wasserturm seht? Ja. Der Wasserturm da in der Nähe der Kreuzung? Ah, genau den meine ich. Im Wasserturm ist eine kurvige Straße. Seht ihr die? Kabiert. Folgt der Straße bis ins nächste Dorf. Dort solltet ihr einen weiteren Wasserturm sehen. Ein bisschen weiter die Straße runter. Wir werden ein bisschen ärgern mit der Einnahme des Dorfes. Wie weit die Straße rauf liegt es? Ungefähr, ähm, Sekunde. Tja. 2 Kilometer die kurvige Straße entlang. Weg von der Schnellstraße. Verstanden. Wir nähern uns dem Dorf. Bereit machen für den Angriff auf Bodenziele. An der Kurstraße in der kurvigen Position. Feindverbände bereiten einen Hinterhalt an der kurvigen Straße vor. Sie sind hinter den Bäumen versteckt. Hey, da wurde der Raketenwerfer abgefeuert. Oh, oh. Verstanden. Na los, Leute. Rein da und eben im Dorf ausschalten. Die ganze des Fahrzeug da drüben. Es kommt da aus der Scheune. Ziel im Dorf ist eigentlich bestätigt. Angriffserlaubnis erteilt. Räuchert sie aus. Qualfire, wir werden angegriffen. Wir könnten Hilfe brauchen. Ich bin... Ich bin... Nein! Verdammt! Ich glaube, so langsam verstehe ich, wer die Verbündeten sind. Die Typen beim Gebäude fest. Welche... Typen? Hallo? Sind hier noch welche? Nee. Winkel rekalibrieren. Höhenscan anpassen. Ich komme mit der AC-130 hier auch in. Mal gar nicht klar. Ich schieße nicht auf die schwarzen. Da sind Gegner. Schottplatz. Rückt ab und räuchert sie aus. Von diesen Typen meins echt ernst. Aufhersammt! Geschützbereit! Okay, los. Holen wir uns. Die Kerle. Typ flieht. Verstanden. Der Typ bewegt sich. Vorsicht. Das hätte fast unsere Wunschel getroffen. Wieso? Hä? Nicht auf Personen mit Blink-Signalen schießen. Ich hab gesagt, ich hab gesagt, vielleicht checke ich es, aber anscheinend doch nicht. Ja, ich weiß. Achso, hier. Sag das doch. Ich dachte, das wären die Verbündeten. Ja, ja. So, jetzt aber. Da sind noch ein paar. Ja, direkte Treffer. Genau dort. Da kommen noch welche. So, und... Bam! 105 Millimeter. So muss das sein. Ja, klar, Schuhangriff. Hör ich jetzt sie aus. Wallfire, wir haben die Landezone erreicht, aber wir werden von allen Seiten beschossen. Vor der Feuerunterstützung an. Gefahr! Feindliche Einheiten nähern sich der Landezone aus mehreren Richtungen. Vorsicht! Beim 25 Millimeter nahe der Landezone bleiben. Ja, das war ein Treffer. Tür flieht. Ähm, das ist zu nah an der Verstärkung. Ich wiederhole, zu nah an der Verstärkung. Auf dem Blingssignal achten. Ähm. Okay. Ziel neu gesetzt. Holt euch den fahrenden Wagen. Vor euch, das hätte fast unsere Leute da getroffen. Nagel die Düpen fest. Es kommen ein paar verbundenes Kommen anbindende Hubschrauber. Achtet auf euren Beschuss. Verstanden. Wo sind denn jetzt unsere Helis? Die fliegen nämlich deutlich tiefer. Ja, da sind sie. So. Ach, da hinten. Ja, da kommen... Da kommen aber gerade nur die Helis hin, oder? Ja, weil ich... schaff... das nicht. Aber gleich. So, jetzt kommt... Wildfire, wir bewegen uns jetzt auf die Hubschrauber zu. Danke für die Hilfe. Bravo, 6 Ende. Kein Problem. Mit Aufnahmen werden wir noch Spaß haben. Das hab ich gehört. Sind wir fertig? Bitte. Bitte. Die IP ist gesichert und in Gewahrsam. Gut gemacht, Leute. Verstanden. Zurück zum Stützpunkt. Ich find so ein AC-130 so widerlich. Ihr glaubt das gar nicht, Leute. Boah. Diese Thermalsicht hier. Kannste so knicken. So. Endlich. Haben wir auch diese Mission geschafft. Boah. Ich bin erleichtert. Wirklich erleichtert, Freunde. Und es geht sofort weiter. Hier bei Call of Duty Modern Warfare 1. Die heftigen Kämpfe dauerten die ganze Nacht an, als US-Marines bei der Verfolgung von Khaled Al-Assad weiter Richtung Hauptstadt vordrangen. Es gibt nur noch sporadische Kämpfe, da sich der Großtag von Al-Assads Einheiten zum Präsidentenpalast zurückzieht. Kommando, hier ist Lieutenant Vazquez. Warpik auf dem Weg. Das lassen wir uns nicht entgehen. Und wir sind wieder hier. So. Erstmal muss ich jetzt hier wieder auf die Situation klarkommen. Da hinten hocken sie alle. So. Räumen wir mal ordentlich auf hier. Wo kriege ich denn einen Raketenwerfer her? Hallo? Liegt hier irgendwo einer? Äh. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. So. Hier eine schöne AK-74U. So, du kannst mal... Hallo, wir sterben. So, den hole ich mir. Okay, der ist schon tot. So, weiter, weiter, weiter. Hallo, ich hab den Loch getroffen. Also verzeiht mir, wenn ich hier jetzt nicht großartig was zum... Holy shit, kommentieren habe, denn... Alter. Es ist einfach grad nur so viel Action. Und ich weiß grad nicht großartig, was ich hier... Jetzt reicht's, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Zack. Scheiße, nicht getroffen. Wo? Der war nicht echt hinter mir, oder? Okay. Hallo? Ich... Ich... Hallo? Ich hing. Ich kam nicht weiter. Was war das? Ich war in irgendeiner scheiß Wand hier vorne. Ey, verpisst euch. So, jetzt reicht. Reicht es mir. Boah, beschütz mich doch mal, Mann. Die Lappen von Soldaten, die wir hier haben, die machen gar nichts. Jetzt mach doch mal was, Mann. Muss ich hier alleine gegen 100 Mann bestehen, oder wie? Heftig. So, nochmal schön den Granatwerfer nachladen. So, und jetzt rein da. Ey, ihr wollt mich doch ver...